Die Geburt Unsere Sterne Jesu Christi Die uns die Gott in den Heiligen Die Frauen, die wir ließen, beschrieben wird Von den Heiligen Evangelisten Von den Heiligen Evangelisten Beschrieben, beschrieben wird Es begann sich aber zu derselben Zeit Dass ein Gebot von dem Kaiser uns so ausging Dass alle Welt geschätzt würde Und diese Schätzung war die erste Und geschah zu der Zeit Da Zürichs Landpfleger in Syrien ward Und jedermann ging, dass er sich schätzen wisse Ein Gehlicher in seine Stadt Da machte sich auch aus Rosen Aus Galilea Aus der Stadt Nazareth In das jüdische Land Dann zu der Stadt Nazareth Die da heißet Bitte Darum Dass er von dem Hause Und geschlechtet Davids war Auch das er sich schätzen ließe Auch das er sich schätzen ließe Mit Maria Seinen vertrauten bleiben Die war Spanien Die war Spanien Und als sie das selbst waren Kam die Zeit, dass sie gewähren sollte Und sie gebar ihren ersten Sohn Und liebten ihn in eine Krippe Und liebten ihn in eine Krippe Und liebten ihn in eine Krippe Denn sie hatten sonst einen Raum in der Erberge Und liebten ihn in eine Krippe Und er waren Hirten In der selbigen Gegend auf dem Felde Die hiteten es nachts ihre Hzna Hanga und siehe des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie und sie verrichten sich zu ihr und der Engel sprach zu ihnen Furchtet euch nicht, fürchtet euch nicht Friere, ich verkündige euch großen, großen Leiden großen, großen Leiden singe, ich verkündige euch großen, großen Leiden großen, großen Leiden große, große Leiden großen, großen Leiden singe, ich verkündige euch große, große Leiden große, große Leiden singe, ich verkündige euch denn euch, euch manches heute der Heiland geboren der Heiland geboren welchen ist Christus Christus und ihr werdet finden von euch und die Sonne zum Zeichen ihr werdet finden und die Sonne Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr werdet finden, das Kind, ihr werdet finden, das Kind, in Winde gringend und in einer Krippe liegen. Und in einer, in einer Krippe liegen. Und in einer, in einer Krippe liegen. Und in einer, in einer Krippe liegen. Und in einer Krippe liegen. Und in einer, in einer Krippe liegen.